recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist Ass Reiter und wir sind in folge nummer 79 von Abborion ja wir haben ja zwei schiffe im sektor die auf aufgaben warten das ist einmal das wo ich drinnen sitze ich glaube der discover und Ass Reiter hat keinen auftrag das ist genau umgekehrt ich bin Reiter 1 und Ass Reiter discover hat keinen auftrag und wir sehen hier noch so ein paar blipse also würde ich sagen schicken wir den doch mal von einem blips zum anderen oder bisschen was hier entdecken kann ja nicht verkehrt sein oder da wird doch noch einer oder nee wohl nicht gut damit ist das erledigt dann sind wir noch mit dem zweiten schiff dem schiff wo wir sind gewann ich befehligen das bedeutet wir werden jetzt erst mal wieder in unser ursprungs schiff gehen das hier oben war das der Traveller wo ich drunter saß ja ich glaube ja der Traveller ja dann machen wir das mal so dass wir hier dein Schiff hat keinen Kapitän ne will ich ja auch nicht ich will ja auch da rein ne so ein Schiff in Sektor wechseln Schiff Traveller passt gut jetzt müssen wir hier allerdings raus zoomen und noch den Reiter 1 finden war das war der und der soll noch ein bisschen was entdecken ne ich glaube wir gehen mal den weg nach hier ach so Reichweite müssen wir einhalten ne ich tippe mal darauf dass es da ist und dann knapp daneben ist auch vorbei ich würde ihn gerne in diesen Sektor bringen ach ok ich sehe gerade das sollten wir vielleicht nicht tun dann würde ich mal springen wir dann da wieder hin das geht ja schnell lassen da erst sitzen und dann gucken wir weiter gut hier sind wir erstmal fertig und hier müssen wir weiter gucken so was ist unsere Aufgabe jetzt hier gewesen wir brauchen erstmal so wie es aussieht Besatzung hier gibt es aber glaube nichts in dem Sektor ne Schiff Traveller hat hier nichts zu machen äh das ist West-Süd-West-Tor ne das war falsch hier müssen wir hin das ist da ja ich glaube wir nehmen wir dann Nord-Tor das ist da dann fliegen wir doch da mal grad hin gut das was ein Ziel ist wir haben ja die Spritquelle da da brauchen wir jetzt noch eine Sprit Bäckerei sozusagen also eine Raffinerie die müssen wir auch noch mal ins Leben rufen da sollten wir uns auch noch drum kümmern denke ich Raumjägerfabrik die 26 was sind jetzt hier das hier doch nebenan da fliegen wir doch erstmal zum Handelsposten da kriegen wir erstmal ein bisschen Besatzung die fehlt uns da oben mehr wie wir sehen so da hinten ist ein Dockingport dann gehen wir da mal auf Tour der Handelsposten sieht aber cool aus muss ich sagen so Besatzung Güter Crew handeln Crew anheuern Security gibt es hier Mechaniker gibt es hier Kommandeure gibt es hier tatsächlich gibt es hier auch ein Kapitän ich denke aber nicht anheuern haha wäre jetzt ja die schlechte Moral ist klar ich würde jetzt mal einfach so 5 davon erstmal mitnehmen obwohl ich überhaupt nicht geguckt habe ob wir schon noch Leute an Bord haben wahrscheinlich oder naja wir haben die 5 nur so jetzt gibt es erstmal hier ein und wo sind denn zu wenig ah da sind verschiedene ausgebildete das sieht man hier sehr schön und Bergmänner 2 von 2 passt doch jetzt oder ah jetzt ist tatsächlich auch weg hätte ich jetzt nicht mitgerechnet ne aber unser Schiff ist hier noch reparaturbedürftig ne dann gehen wir mal grad rein und reparieren das so damit sind wir da durch wir haben genug Besatzung wir haben repariert wir haben noch 4 Leute über zum Glück jetzt können wir einmal hier gucken was hier los ist Ressourcendepot Handelsposten und dort der Weizenfarben jetzt nicht so interessant jetzt gucken wir aber mal hier rein okay wir sind da noch hingeflogen ja gucken nach Osten und nach Norden wie heißen die hier die Ode Wufdobel keine Ahnung Ode Wufdobel können einfach mal weiter nach Norden fliegen oder gibt es ein Nordtor hier das ist Osttor wäre auch eine Möglichkeit ne aber wir fliegen erstmal nach Norden okay da gibt es natürlich Raumjägerfabrik vielleicht sollte man die erstmal besuchen das macht glaub mehr Sinn oder Raumjäger da hatten wir doch noch was zu machen oder komm lass uns das mal gerade checken hier oben war ein Briefing wir warten da wo wir sehen Händler, Hangar und Raumjäger Einführung das brauchen wir ja den Chip Hangar kannst du seine verschiedene Möglichkeiten ausprobieren ich brauche erstmal einen Ausrüstungs-Dock äh ja aber ich könnte es doch auch hier beim Raumjäger kriegen oder da gibt es Docking-Ports fliegen wir die erstmal an oder kann natürlich sein dass wir hier nichts machen dürfen nach unserem Land dürfen wir nicht aha alles klar gut dann war es das dann sind wir hier definitiv falsch ne das heißt mit denen waren wir gut ne oder ja ja dann brauchen wir jetzt nicht weit diskutieren dann fliegen wir mal zu diesem grünen Punkt weil das der nächste ist den wir sehen wo müssen wir hin? nach da oben dann springen wir da gleich mal rüber gucken wir uns an was es da gibt ist ja vielleicht auch ganz interessant ne ist ja vielleicht auch ganz interessant ne Halbleiter Waffen okay dann ist das auch geklärt Karte Nächste Blip ist erst da mach hat er da ne ich glaube ich mach den mal da hin ein Stück weiter und den Osten ist auch wirklich verkehrt ne hier geht es nicht weiter das bedeutet da müsste ja irgendwie irgendwo ist hier eine Grenze in dem Kreis hm komisch wir werden es gleich sehen was da ist wir werden es gleich sehen was da ist aber ein Riss in der Karte konnte man da jetzt nicht erkennen oder wir werden es gleich sehen was wir näher dran sind vielleicht weiß ich aber nicht doch da ist ein Riss jetzt sieht man ihn erst so das ist unser südliches Zeilen also gehen wir schon mal an und gucken aber erstmal hier noch in die Liste rein Ressourcendeboe Handelsposten nicht so interessant für uns ne gut springen wir weiter südlich und wollen hoffen dass wir da was entdecken da haben wir auch nur wieder ein paar Dinge wie heißt es ein paar nette Piraten hier schauen wir mal also Piraten sind es hier nicht ich würde jetzt tatsächlich hier mal ein Stück vorfliegen und in diese schicke Asteroidenwolke gucken da ist auf jeden Fall was aber das ist zwar was entscheidendes als abbaubares Material aber leider kein einnehmbarer der sieht groß aus ist aber nicht weil wir nur nah dran sind wahrscheinlich nicht ok jetzt müsste man nur hier sehen dass man hier ein Teil findet was man haben möchte ne das zeigt er mir da unten jetzt eigentlich an also den ausgewählten Asteroiden alles klar hier ist nichts ne da oben erkenne ich auch nichts es ist ziemlich dichter Nebel ja ne wie man es denn der Nebel nennen kann ist da was hier ist auf jeden Fall wieder ein Asteroidenfeld aber die sind schwer zu erkennen da ist was oder da ist was oder aber das ist kein einnehmbar Asteroiden sieht zwar groß aus ist aber nichts ist da hinten was ne das ist aber auch nichts der sah auch noch so aus als ob Tja vergebene Mühe oder wie sieht sagt man dann hier ist es wahrscheinlich auch nichts oder ich weiß jetzt blöderweise auch nicht ob ich hier schon war oder nicht war das ist immer so ein bisschen schwierig in der Raumortung würde ich jetzt mal sagen ne und es können ja tausend andere Sachen hier auch sein also so Container oder sowas wo ist das da aber war jetzt bin ich gerade überlegen haben wir überhaupt so ein Detektor drinnen wenn wir haben keinen drinnen haben wir einen ist die nächste Frage ja Markierungsreichweite 1098 das bedeutet der ist weiter das bedeutet das Handelssystem geht raus und der geht rein und dann markiert der gerade was er hat wohl Objekte gefunden ja zeigt mir aber keine Richtung an da oben wird drinnen angezeigt ist das das was ich suche ja da ist ein Container kann das sein da ist ein Container ich habe ihn entdeckt krass ja der ist gut eingebaut hier F interagieren Heimversteck öffnen Elektrohöhlenpolarisierer 421 und Schlittbooster und so ein bisschen Kohle haben wir noch dazu gekriegt da waren es nochmal 10.000 ok soviel zu dem Thema Karte wir gehen weiter südlich Koordinaten wir müssen noch da sind das noch für wertvolle Objekte warte mal sind hier noch mehr solche Objekte da nein oder ob er mir da noch was anzeigt das war jetzt nicht das Teil wo wir gerade waren das ist was Neues das ist noch einer ok ja das ist tatsächlich noch ein Container sagt ja das ist doch karte ist so Achso, ich habe ihn wahrscheinlich gar nicht ausgewählt, deswegen kann ich auch nicht mit interagieren, alles klar. Okay, Tesla geschützt um Generator-Upgrade in Gold. Okay, das war jetzt nicht verkehrt, ne? Jetzt zeigt er mir noch da oben einen an. Ich hoffe nicht, dass das der gleiche ist wie eben. Aber ich glaube schon, oder? Man muss nicht. Kurz noch gucken, ne? Ich glaube, den habe ich schon aufgemacht, oder? Die Geschichte der Galaxie, Kapitel 5, Operation Exodus. Nachdem der United Alliances den großen Krieg gegen die Slowen verloren hat, und die Flotte mit all ihren Habern gut in die äußeren Randgebiete der Galaxie. Dort waren sie vorerst in Sicherheit vor weiteren Angriffen der Xota. Sie hinterließen kleine verschlüttete Botschaften über ihre Aufenthaltsorte, in der Hoffnung, dass Überlebende von der anderen Seite des Rifts sie wieder aufspüren können. Doch es kam niemals jemand nach. Okay. Wir waren noch nicht hier. Doppel-Laser-Geschützturm. Gut. Vielleicht sollten wir solche Kisten kaputt schießen. Geht das? Weiß ich nicht. Und dann werden sie nämlich nicht mehr angezeigt. Macht vielleicht Sinn. Gut, okay. Wir sind hier erstmal durch. Fliegen da hinten hin, in den nächsten Sektor. Sehen wir uns in der nächsten Folge in diesem Sektor dann wieder. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine O-App habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hoch lade. Gerne Kommentare schreiben. Und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wäre schön, wenn der Thomas mir noch schreibt, wie es am besten ist, dass man eine Raffinerie baut. Eine Spritbäckerei. Okay, bis dann. Ciao.